Hallo, Carsten Marx, mein Name, 47 Jahre alt, evangelischer Pfarrer, seit 18 Jahren derzeit auf einer Regionalpfarrstelle in Groß-Betersdorf-Rechnitz, das ist im Südburgenland. Warum ich mir ein Coaching mit Kathi Zimmermann angetan habe, weil ich meine Kommunikation des Evangeliums verbessern wollte? Einfach mich mal trauen, ohne Manuskript, ohne schwarze Mappe in der Hand, mich vor die Gemeinde in den Gottesdienst zu stellen, manches zu überdenken, manches zu verbessern und auch ganz andere Zielgruppen anzusprechen. Kirche muss sich rauswagen, den Schrittwagen vom Ich zum Du, das ist mir in diesem Coaching gelungen. Da merke ich, da habe ich mich schon verbessert. Es kann natürlich immer noch viel, viel, viel mehr werden, aber profitiert habe ich davon, dass ich oft meine Zettel einfach beiseite lege und ganz frei rede. Alle, die präsentieren müssen, alle, die etwas zu sagen haben und die wollen, dass ihre Message ankommt, ja, denen kann ich so ein Coaching nur wärmstens empfehlen. Es geht um den Wert der Kommunikation, vom Sender zum Empfänger und da ist ein Coaching einfach nur wow.